Die Mithias am Maxas Halley gegen Richter, Toni Sangerhausen, sowie die Kontrolle 245, 50 Kilogramm, Robertio, Joshua, Tegel gegen Adler, Pott, Freunde, Kirchen, Pott. Die Kontrolle 245, 50 Kilogramm, Bolle, Max, Heide, die Besserungsmehrarbeitung. Die Mithias, die Besserungsmehrarbeitung. Die restlichen Kontrolle 245, 50 Kilogramm, Bolle, Geräusche 5 Kilogramm. Die Besserungsmehrarbeitung. Die Besserungsmehrarbeitung. Die Besserungsmehrarbeitung. Die Besserungsmehrarbeitung. Sieger auf meine Züge, Berlund-Klemenz-Auer. Damit war es drei. Nächster Gang auf meine Züge.